Du bist ja sowieso Erde, so der Paladin-Fan, hab ich gehört. Spielt man einmal in Diablo einen Paladin? Das lässt einen nicht mehr los. Ja, doomed. Forever. And ever, ever. Ever, ever, ever. So. So, take it easy. Ich krieg auch mal wieder einen Heiltrank, das ist ja awesome. Äh, der Schmied. Kriegt jetzt hier 300.000 Erze. Was, Mann, ich weiß, sortieren hier. Haben wir schon die Sachen gegeben? Äh, nur so ein Teil. Okay. Ah ja, die Steine, ist mir grad überhaupt nicht aufgefallen. Ist nicht schlimm. 913, Steinfeile. Ist gut. Ja, damit kommst du ein Stückchen weiter. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich im Moment, deswegen. Ja, bei mir könnte mehr Leben sein, aber sonst. Heiltränke halt, ne, das Übliche, aber sonst geht's. Kriegst du noch 300.000 Bachen. Monsterheit, für den Fall eines Falles. Auch schon nicht mehr. Dadurch, dass ich das ja über Diamantrüstung gar nichts Höheres herstelle. Naja. So, und dann sind wir jetzt im letzten Level. Die Sachen zusammenbasteln? Warum letztes Level? Weil hier das Tor für das letzte Level ist. Ihr doomed. Oh, fuck. Okay. Safe point. Safe state, safe state. Oh, go. Ja, tot. Oh, fuck. I'm still alive. Tot. Hey. Weil ich, äh, zu sehr nach, äh, links geguckt habe, wo die Wand kommt und nicht auf die Gegner mehr geachtet habe. Großartig. Ja, jetzt hab ich auch wieder Heylisten. Heylisten. Ich bin, um Scourge Mask. Hoffentlich bringt die was. Schauen wir mal. Multiplayer, hosten. Ich bin der Horst. Äh. Hallo Horst. Hallo. Ich bin der Horst. Ich bin der Horst. Nervu bringt. Das ist eigentlich ganz nice. Ja. Gertsch Mask. Der war der totale Bringer. Weil? Ja. Ja. Dacht. Ne, frei übersetzt. Man traut sich, diese Maske aufzusetzen. Ja. Und, äh, hat, äh, dämonische, äh, Stats. Aber, jetzt kommt der, der Gag, also die Stats werden noch nicht benannt. Und, der, der diese, äh, Maske trägt, werden alle zwei Minuten ein HP abgezogen. Yay. Ich ziehe jetzt einfach mal auf. Du musst hier noch meine Stats durchwürfeln. Ob ich was hab, was mir dazu sagt. Mhm, mhm, ja doch, das könnte gehen. Nimm ich ja wieder das mit den, mit den goldenen Chests zum Open. Guten Deutsch. Guten Deutsch. Open all golden chests. Ich glaub, die spawnen aber auch nur, wenn du das hast. Genau. Aber da ist ja bisher guter Loot drin gewesen. Und, naja, schauen wir mal. Fuuuuck. Herrlich. Mach auch nicht wirklich viel Damage, oder? Was zur Hölle? Das ist von meinen Dingens. Von dem Viking Helm. Die 10% Chance, das hab ich jetzt vorhin bekommen. Yeah. Yeah, wir sind richtig weit gekommen. Aber wer hätte auch ahnen können, dass hier einfach mal so ein Boss spawnt, so direkt am Anfang. Ja, aber es ist halt eine 10% Chance, dass hier diese Riesenachse kommt. Ja, okay. Fragt sich, wie viel Damage die dann tatsächlich machen. Boah, bestimmt so einiges. Ich frag mich ja jetzt, was dieser bescheuerte Scourge-Helm hier herbringt. Jede Minute ein Schaden. Ja, aber der muss doch auch irgendeinen Bonus dann haben. Meistens werden doch solche Sachen immer verbunden mit dann irgendwas Gutem. Meistens nicht immer gezielt. Ja, höchstwahrscheinlich. Hast du mal einen Stick? Ja. Überhaupt. Stickidi-Stick-Stick. Danke. Bitteschön. Kann ich nämlich schon mal anfangen hier mit, ähm, mit Abholzen von Steinen. Das wäre der erste Schritt Richtung Besserung. Ja, ich fall natürlich rein. Ups, den doch nicht zu mir. Doch, mindestens. Was kommt denn denn noch alles? Alles, einfach alles. Ich schaff's immer noch nicht, diese bescheuerte... Oh, nice! ...wespe hier zu killen. Very nice! Gleich das Obsidian-Schwert. Oh. Das ist schon... Ne? Mega awesome und so. Wenn ich jetzt noch nicht, äh, dabei sterben würde, es wäre noch besser. Ich muss mich um deine, äh, übergelassenen Gegner hier noch kümmern. Ach, die hab ich einfach nur zu dir geschickt. Das ist gar nicht schlimm. Okay, also die Axt hat auch nur... ...die Reichweite, die sonst dein, dein ganz normales Schwert halt hat. Nämlich gar keine. Nicht die komplette Fläche der Axt. Leider. Ich hab schon viel zu viele Hits gekriegt. Nicht verbessert durch den, äh... ...durch deinen Neuschwert? Äh, nee. Also ist die Axt dann nicht... ...krieg dir nicht nochmal einen Bonus mit, was für ein Schwert du aufhast? Äh, das weiß ich nicht. Ich hab mit der jetzt bisher noch nichts wirklich schadensmäßig getroffen. Also hast du noch nichts getroffen, okay. Nääääh! Au. Oh, ne. Ne, ich hab, ich hab, ich hab schon so viel Damage bekommen hier. Ich hab auch schon viel Damage bekommen. Hab noch 5 HP. Ich habe noch drei. Eine Axt. Reichelt das Schaf. Macht aber auch. Ich verstehe immer noch nicht, wofür der Helm ist. Wahrscheinlich ist es wirklich einfach nur, ja, kriegst du dann einfach Damage. Hab Spaß damit. Anders kann ich es mir nicht erklären. War schon immer Gold hier? Ja, das kann hier noch wieder mal kommen. Auch Diamant hatte ich vorhin schon. Das ist normal. Oder ist es jetzt auch so vom höheren Level in dem Sinne? Ne, ne. Das ist ja für das Spiel ohne, äh, irrelevant. Sein können. Hier ist der Ausgang. Ja, nimm erstmal ein bisschen Holz mit. Ähm, noch ist das irrelevant, denn bevor gleich kein Holz kommt. Ich habe keinen Bogen. Achso. Doch, hast du. Nein. Also kein Einsatz, kein Einsatz wegen. Ah, okay. Äh, was wollte ich eigentlich? Ich wollte eine Axt bauen. So, so, das hier da, links, rechts. Bausachst, Bausachst. Äh, äh, äh. Axtbaukasten. Ja, also wirklich. Na, also wenn schon, denn schon. Ne, Quatsch. So. Noch immer wieder ändert. Haben wir es bald? Nein. Aber nun. Chicken. Ich bin auch tot. Aber es hat, ich habe es noch getötet. Oh, nein. Wer hätte auch das ahnen können. Sorry. Aber ist so. Du hast einfach zu viele. Das zählt ja noch nicht mal als Boss. Oh, das liegt daran, dass ich schon tot war. Ja, das kann natürlich auch sein. Hast du jetzt bestimmt wieder was dafür bekommen. Und ich kriege wieder nichts. Ja, das ist gut möglich. Und Chickenhelm oder so. Nee, ich habe da eigentlich nichts Tolles für gekriegt. Leider. Hat dieser Helm eigentlich irgendwas gebracht? Nein. Zieh lieber wieder was Vernünftiges an. Hm. Na, also. Das war ja irgendwie Mist. Und man meint auch, ne, jetzt. Du bist ja so weit gekommen, ne. Und man meint ja immer, je weiter man kommt, desto besser werden die Items, die man kriegt. Nee, nee. So ein Scheißbau raus. So, wenn du dann so weit bist, dann sag Bescheid. Äh. Äh. Brains. Kleingeld. Moor Kleingeld. Alles wieder einstellen. So, so. Manche hat auch gerade kein Companion eingestellt. Ja, das kann sein. Ich fahre einstellen. Hey, listen. Hey. Hey, listen. Hey, listen. Hey, listen. Watch out. Och. Geh doch weg. Geh wo du wohnst. Genau. Oh, man. Wenigstens einer, der mich versteht. Nein, nein. Nein, nein. Ich verstehe dich nicht. Okay. Oh, Stats. Hallo. Könnte ja auch mal anständig sein. Nur Unfug. Nur Unfug. 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 Nein, 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 nein. Haben wir es dann? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich gehe wirklich in der Geschwindigkeit durch und es kommt nix. Es kommen immer, immer weiße Logmaster und so was, was ich nämlich nicht brauche. Kann doch nicht so schwer sein für dich, die passenden stattzufinden. Ich kriege keine, äh, Dexterity Bonus hier. Ich habe auch keinen Scherke Bonus. Ich will den aber. Ich habe einen Lebenspunkte Bonus. Die HP-Dinger, die brauche ich auch. Und die kommen alle gerade nicht. Komm schon. Komm schon. Do it. Do it. Do it. Immer dieselben, die ich hier kriege. Komm, wir zählen das jetzt runter. Ich mache zehn Stück einfach und das zehnte ist es. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fuck. Alles drauf, wir starten das jetzt. Okay. Mit irgendwelchen komischen Fähigkeiten. Ich habe auch schon wieder keinen Namen eingebaut. Wüstnoir. Wüstnoir. Der Wüste. Warum bist du wüst, ey? Sehr wüterig. So, warte. Ach, ich brauche noch ein Holz. Jetzt habe ich leider gar nicht mehr mein Obsidian-Schwert, das ich jetzt vorhin durch Glück jetzt nochmal bekommen hatte. Da. 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 Ja, klar. Leck mich. Bam, 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 bam. Willst du mich verarschen? Nein. Nein, nein. Kommt drauf an, was du unter Verarsche wieder dir vorstellst. Dasselbe wie immer. Boah, da könnte es vielleicht hinkommen. Brecksack. Nein, nein. Hatte nichts Böses im Sinn. Ja, ja. Ben, müsste ich mir jetzt einen Hintergedanken ausdenken und dazu bin ich heute zu faul. Heute? Immer. Ja. Immer. Ja, manchmal nicht. Ja, doch. Tagsend. Der selten, aber manchmal kommt es vor. Mein Ernst, das mein Darm trägt. Und was steht da drauf? Achso, dein Name. Du bist so doof. Ja, wer weiß. Oh Gott. Hi. Oh, hey. Hey, listen. Kann man ihn nicht streicheln einfach? Guck mal, das sieht so nett aus. Er möchte doch nur lieb gehabt werden. Der wird immer falsch verstanden, ich weiß. Mhm. Dann kriegt er einfach mal einen Pfeilenkopf. Da ist ja eine gute Idee. Boings. Boings. Lauf nicht weg. Ganz schön. Ich habe ihn abgelenkt. Ich habe ihn abgelenkt. Ich habe ihn abgelenkt geschossen. Ja, doch. Also die Axt macht dann schon etwas mehr Schaden. Wenn sie mal spawnt. Das Doppelte. Okay. Das ist so gut. Wahrscheinlich trifft sie dann meistens, aber immer nur dann nicht mit dem Teil. So wie immer. Wie gerade. Yay. EP. Moi EP. Ne, moi EP. Wie? Was ist diesem Schweinchen hier schon wieder auf sich? Ich weiß ja auch nicht. Das war da hinten ganz lieb und hat nichts gemacht. Ja, wir brauchen die EP. EP. Und Fleisch. Wir sind ja keine Magizid-Vegetarier hier. Habe ich gerade gedacht, ich kriege Schaden durch das Schwein. Ja, manchmal muss man da echt so ein bisschen überlegen. So ganz kurz. Ich wollte das Holz nicht, aber okay. Ach. Und bei Schleim. Ecke dies. Wenigstens habe ich das. Ja. Bedeutet, es wird wieder eine gute Runde? Es ist... Es ist... Es ist... ... Auf jeden Fall mehr in die Richtung. Wenn ich jetzt noch meine Kohle da kriege... Danke. Kohle, 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 Kohle. Wieso hast du das Schwein jetzt nicht gekillt? Man muss es ja nicht übertreiben. Chicken! Ich dachte...